Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Karaoke-Abend und wir singen jetzt das Lied Nump von Linkin Park. Natürlich sind die Links zum Original-Video in der Beschreibung. Ich bin jetzt nicht so der Linkin Park-Hörer, ich hoffe, ich schaffe das gut. I'm tired for being one to be, feeling so faithless, lost unaffetless. I don't know what you're expecting from me, but under the pressure, walking in your shoes. Every step I take, another mistake to you. I've become so numb, I can feel you there, become so tight. Lol, wieso geht das nicht? Lol? What the fuck? What I do is be more like me, and I feel like you, cannot see more fearing me. Holding so tight, afraid to control what I be. Has fallen apart in, right in front of you. Lol, ich singe, aber es kommt nix an. Hä? Take is miss. No, not to you. And every second I raise to small. Take. Take. I've become so numb, I can feel you there, be calm so tight. Watch your prayer, becoming worse. All what I do is not warm don't like me, and less like you. And I know, I may be up failing, failing too But I know, just not disappointed in you I have become so numb, I can feel you when Become so tight, smaller where I'm becoming this All I wanted to do is be more like me And I'll be less like you Become so numb, I can feel you when I'm tired of wanting to be I've become so numb, can feel you when I'm tired of wanting to be Hä? Ich will jetzt nochmal klarstellen Und zwar, ich singe Oder ich versuche es Und Der nimmt meine Stimme nicht auf? Hä? Ich verstehe es jetzt nicht ganz Ich meine, ich sehe auf meinem linken Monitor Definitiv, dass ich gesungen habe Und dass der da das aufgenommen hat Aber da auf meinem Naja, das ist ein bisschen Das Ich meine, das Video wird ja jetzt nicht so übel lang Ich probiere es jetzt gleich direkt nochmal Und zwar genau das gleiche Lied So, und damit herzlich willkommen zurück Und zwar, wir singen jetzt nochmal den Namen von Lincoln Park Und diesmal will ich einfach testen, mich jetzt besser anzustellen Denn, ähm, nun ja, ähm, mein Mikrofon wurde ja eben irgendwie nicht so genommen Und das fand ich relativ schade Äh, und, ja I'm tired To is wanted to be Feeling so faithless Lost under the cyphers I don't want you expecting for me But Pressure Of walking In your shoes Every step that I take Is another mistake To you I've become so tired I can feel you there Become so tired So much aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And I less like you Silver's more offering me Holding so tidy Afraid so lost control Cause I have Everything you want Free Has fallen apart Right In front In front Of you Every step I take Is another mistake To you Hä, lol Was And I have to Raise this More Take I've become so numb I can feel you there Become so tired So much more aware I'm becoming With all what I do Do Is more like Me And less nice Like you And I know I might end up Failing To you But I know You were Like me With all Dispersion Oriented in you I've become so numb I can feel you there Become so tired How much more aware Becoming this All I want to Do Is be more like me Endless lives Like me I've become so numb I can feel you there I'm tired What Wanted Me Be I've become so numb I can feel you there I'm tired What Wanted To be Okay Ähm Ja Schade Ja okay Ich bin jetzt Wieder dritter geworden Aber ich finde Irgendwie seltsam Und zwar Ich versuche Ich meine Man hört ja Man sieht ja In der Dingsaufnahme Dass ich Ja singe Und das ist Eigentlich auch immer Aber Ich Da sind dann immer Leere zeilen Was ich nicht ganz Verstehe Aber Ähm Ja So Ähm Wenn euch das video Gefahren hat Dann könnt ihr es gerne Auch positiv bewerten Und ähm Guckt mal auf twitter Vorbei Da habe ich Ähm Da habe ich Ähm Derzeit Ähm Ja ich hab da Dort mein account Und da könnt ihr Jederzeit vorbeigucken Fragen stellen Und so weiter Und ähm So Dann Will ich Jetzt bald Ein kleines Abonnentenspecial Machen Ähm Dafür Dass ihr so Zahlreich Angestiegen seid Und äh Dazu würde ich gerne Ein FAQ starten FAQ ist Answer Question Äh Also ihr stellt eure Fragen Die ihr an mich habt Oder äh Fragen Die ich beantworten soll Und ich beantworte Die dann Ähm Ja Das könnt ihr entweder Hier Mich hier fragen Unter diesem Video Oder unter dem Kommenden Infovideo Was jetzt noch kommt Oder ihr könnt es Auf twitter fragen Oder ihr könnt es Auf ähm Google plus fragen Denn ich habe jetzt Auch ein google plus account So Ähm Ist noch irgendwas Ja Das war es sonst Ähm Ich wünsche euch Ein schönes Wochenende Sonst Ähm Heute Abend Kommt kein Hitman Ähm Aber ich hoffe Ihr habt trotzdem Spaß Und bis dann Ciao D A мел